Tesla Welt wird präsentiert von Shop4Tesla. Das ist eine Möglichkeit, diesen Kanal zu unterstützen. Ihr bekommt 5% Rabatt mit dem Code TeslaWelt auf alle Produkte. Falls ihr also Zubehör braucht, schaut da mal vorbei. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tesla Welt. Wir sprechen mal wieder über die Tesla News. Davon gibt es wieder jede Menge, denn Tesla hat unter anderem für Aufregung in der Tesla Bubble Sorgen Nachrichten rund um das Model S und X und die Hardware 4. Darüber sprechen wir gleich. Dann geht es um erneute große Preissenkungen bei Tesla und wir reden über die Gigafactories. Genau damit fange ich auch an. Es gab mal wieder einen Reuters-Bericht bezüglich der neuen Gigafactory in Mexiko und hier haben wir weitere Nachrichten bekommen vom lokalen Gouverneur in Mexiko. Der hat verkündet, dass Tesla die finale Genehmigung für den Baubeginn für die neue Gigafactory in Mexiko bereits diesen Monat erhalten könnte. Das geht mal wieder im Tesla-Tempo voran und ich bin schon sehr gespannt, ob wir dann vielleicht schon bald einen Spatenstich in Mexiko sehen werden. Gleichzeitig rumort das mal wieder in Indonesien. Hier haben sich ebenfalls Regierungsbeamte geäußert. Es gab einen Reuters-Bericht auch dazu. Diese sagten eigentlich nur, dass sie sich in der nächsten Woche mit Tesla-Mitarbeitern treffen werden. Auch hier steht ja eine Gigafactory oder eine Batterieproduktion immer wieder im Raum, zumindest wenn man den Quellen aus den indonesischen Regierungskreisen glauben darf. Indonesien ist reich an Rohstoffen, für die Batteriezahlproduktion ist das höchst spannend und die Regierung dort bemüht sich selbstverständlich, so einen großen Fisch wie Tesla hier an Land zu ziehen. Ob das klappt, müssen wir abwarten. Ich berichte euch selbstverständlich darüber. So, und dann gab es noch einen interessanten Tweet von Jörg Steinbach, dem Wirtschaftsminister von Brandenburg. Der hat ein Bild gepostet von sich zu Besuch in der Giga Texas. Er schrieb Besuch bei unseren Freunden in der Gigafactory in Austin. Es war wichtig, Tesla die Zusicherung der anhaltenden Unterstützung der brandenburgischen Regierung für eine mögliche Erweiterung von der Giga 4 in Grünheide zu geben. Vielen Dank für die Gastfreundschaft. Ja, schön zu sehen, dass sich Herr Steinbach hier weiter reinhängt für Brandenburg. Ich denke, es geht vor allem um die Gespräche, was die Batteriezahlproduktion angeht. Die ist wieder anders lautender Presseberichte immer noch für Grünheide vorgesehen. Tesla hat nie gesagt, dass sie die nach Texas abziehen wollen. Allerdings liegt der Fokus aufgrund der immensen Förderung in den USA selbstverständlich ein bisschen mehr auf den USA. Und da kann man schon verstehen, dass Tesla hier die Dinge in Grünheide vielleicht etwas langsamer angehen lässt. Vielleicht kommt ja die EU dann auch mit einer entsprechenden Förderung noch um die Ecke. Reden wir mal über Preiserhöhungen. Die gab es bei Tesla diese Woche im Energy-Bereich und zwar für das Megapack. Das ist sowieso bereits bis Ende 2024 ausverkauft. Und man hat den Eindruck, dass sich das Datum, an dem man wieder Megapacks überhaupt bekommen kann, immer weiter nach hinten verschiebt. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass Tesla hier eine Preisanpassung nach oben vornimmt. Sawyer Merritt twitterte hier, Tesla hat den Preis seines kommerziellen 2-Stunden-Megapacks um über 100.000 US-Dollar auf 2,7 Millionen angehoben. Die aktuelle Wartezeit in den USA für das Megapack beträgt fast zwei Jahre. Das 4-Stunden-Megapack hat sich ebenfalls im Preis erhöht, aber da konnte er nicht mehr ganz feststellen, um wie viel hier der Preis nach oben ging. Das habe ich ehrlich gesagt auch nicht rausgefunden. Klar ist, das Tesla Megapack ist sehr beliebt. Tesla hat im Anschluss an den Investor Day hier auch nochmal über das Megapack getwittert und geschrieben, es ist nicht nur einfach eine Box voll mit Batterien. Da steckt viel mehr dahinter. Gehäuse und Verkabelung, elektrisches System, thermisches System, Batterien- und Leistungselektronik, Endmontage und Versand zum Standort, Installation in wenigen Stunden und unendliche Skalierbarkeit. Die stationäre Energiespeicherung verbessert die Energienachhaltigkeit und ist der Schlüssel zu einem Netz, das zu 100% aus erneuerbaren Energien besteht. Unser Ziel ist es, mehr große Batterien schneller einzusetzen und gleichzeitig den Wert des Netzes zu steigern. Ja, und damit haben Sie absolut recht. Das Megapack wird in Zukunft immer wichtiger werden, denn wir müssen die erneuerbaren Energien irgendwo zwischenspeichern und auch Produkte wie der Semitruck, der ja Ladeinfrastruktur braucht, die aus erneuerbaren Energien gespeist wird. Der wird sehr stark von diesem Megapack abhängen, denn Tesla wird das Logistikunternehmen als Package bieten. Da liegt auch eine der großen Stärken darin, neben der Stabilisierung des Netzes selbstverständlich. Über den Energy-Bereich werden wir in Zukunft noch sehr viel hören. Kommen wir jetzt aber mal zum aufreger Thema der Woche. Tesla hat mal wieder Preise gesenkt. Denn neben den Preiserhöhungen bei Megapack gab es bei Tesla diese Woche auch Preissenkungen, und zwar bei Model S und X. Wir reden hier über den amerikanischen Markt und die fielen sogar zum Teil richtig heftig aus. Zwischen 5.000 und 10.000 Dollar ging es hier nach unten. So kostet das Model S in der Long-Range-Variante jetzt 90.000 Dollar, vorher 95.000. Das Model S Plaid liegt bei 110.000 statt 115 vorher. Das Model X in der Long-Range-Variante kostet genau 100.000 Dollar, vorher 110.000. Und das Model X Plaid, das kostet genauso viel wie das Model S Plaid. Das ist auch nicht so ganz gewöhnlich, auch wenn wir das in der Vergangenheit bereits erlebt haben. Hier sank der Preis um 10.000 Dollar. Gleichzeitig wurde bekannt, dass Tesla jetzt Model S und X mit der Hardware 4 ausliefert. Da gab es einen Bericht dazu von einem Kunden auf Reddit und auch Not-a-Tesla-App hat dazu getwittert. Tesla Model S und X-Fahrzeuge werden jetzt mit der Hardware 4 ausgeliefert und eine API-Anfrage an die Software bei Tesla, die bestätigt dann, dass hier Tesla AP4 eingebaut ist. Vorher kam da immer AP3 zurück, also ein Hinweis auf die Hardware 4. Der große Aufreger kam dann aber, als rauskam, dass Tesla diese Fahrzeuge auch ohne die Park-Sensoren, also die Ultraschall-Sensoren ausliefert. Die gab es ja bisher immer noch bei Model S und X. Anders als bei Model 3 und Y, wo sie schon vor einer ganzen Weile rausgeflogen sind. Hier ein Tweet von Holmers Katalog, der schrieb, Leute, hört euch das an. Sie sagen jetzt, dass die neuen Model S und X nicht mehr in der Lage sein werden, FSD-Beta auszuführen. Zuvor konnten die Autos ohne Ultraschall einige der anderen Funktionen nicht nutzen, aber FSD-Beta war vorher möglich bei Model 3 und Y nämlich. Ja, und er nimmt das als Hinweis eben auch, dass hier die Hardware 4 eingebaut ist und dass es vielleicht an der Hardware 4 liegt. Not a Tesla App bestätigte dies auch noch. Die Software befindet sich noch in der Entwicklung, twitterten sie, da viele Funktionen nicht verfügbar sind, einschließlich Traffic-Aware-Cruise-Control und Autopilot. Es gibt auch keine Visualisierung, mit Ausnahme von Fahrbahnmarkierungen. Und Neukunden von Model S und X müssen jetzt, genau wie auch bei Model 3 und Y, hier Tesla bestätigen, dass sie das Fahrzeug auch ohne die Ultraschall-Sensoren akzeptieren. Und hier steht im Gegensatz zu Model 3 und Y dann eben auch drin, dass hier nicht nur der Parkassistenz, die Autopark-Funktion, das Summon-Feature und Smart-Summon eingeschränkt sind, sondern auch die Full-Self-Driving-Capability. Allerdings sollte man sich den Text auch mal genau durchlesen, denn Tesla schreibt hier, ihr Model X oder Model S wird keine Ultraschall-Sensoren mehr haben und stattdessen voll und ganz auf Kameras setzen, wenn es darum geht, Abstände zu nahen Objekten zu messen, aktive Sicherheitsfeatures zu liefern oder auch Autopilot- und FSD-Funktionalitäten zu liefern. Und jetzt kommt der wichtige Satz, dieser Ansatz wird eine verbesserte Übersicht bieten, bessere Objekterkennung und bessere Funktionalitäten, was Autopilot in Zukunft angeht. Während dem Übergang dahin werden einige der Funktionalitäten eingeschränkt sein, bla bla bla, darüber haben wir schon gesprochen. Und zukünftig werden die Features dann per Software-Update wieder hergestellt. Ja, die Aufregung in der Tesla-Welt ist natürlich groß darüber. Schauen wir uns das Ganze mal an und diskutieren ein paar Argumente. Also zum einen mal, woran liegt das eigentlich? Es scheint ja so zu sein, dass die neue Hardware 4 der Grund dafür ist, dass die FSD-Beta bei diesen Fahrzeugen nicht sofort funktioniert. Das kann man sich durchaus vorstellen. Tesla wird das System erst mal trainieren müssen. Das macht für mich durchaus Sinn. Die anderen Einschränkungen, die haben wir bereits bei Model 3 und Model Y erlebt. Das liegt vermutlich einfach am Wegfall der Ultraschall-Sensoren. Warum zum Geier bringt Tesla jetzt diese Fahrzeuge so auf dem Markt, ohne für die entsprechende Software gesorgt zu haben? Das ist die große Frage und darüber regen sich viele Leute auf. Jetzt geht es mir persönlich so, dass ich das sehr gut nachvollziehen kann, wenn sich da jemand drüber aufregt, weil er eben Schwierigkeiten beim Einparken hat. Das ist auch nicht schön und es ist auch nicht gut, dass Tesla dies so macht. Viel besser wäre gewesen, die Software erst mal fertig zu entwickeln. Darüber brauchen wir glaube ich gar nicht reden. Ist es aber jetzt ein Riesendrama? Viele Leute argumentieren und sagen, ja, so ein teures Auto und dann hat das nicht mal Parksensoren oder eine Einparkhilfe. Das kommt mir nicht ins Haus. Fair enough muss es ja auch nicht. Keiner ist gezwungen, das Fahrzeug zu nehmen. Aber es handelt sich eben auch nur um einen Übergang. Tesla schreibt ganz klar, dass das neue System besser sein wird als das alte. Das können sich vielleicht viele Leute nicht vorstellen, aber in der Vergangenheit hat Tesla immer wieder gezeigt, dass sie die Kosten senken bei den Fahrzeugen und gleichzeitig die Fahrzeuge immer besser werden. Das zieht sich wie eine rote Linie durch die ganze Geschichte von Tesla durch. Und aufgrund dessen kann man eigentlich ausschließen, dass sie hier Blödsinn erzählen. Und dann handelt es sich eben um eine temporäre Einschränkung. Ihr könnt euch noch an die Chipkrise erinnern. Da wurden bei anderen Herstellern zum Teil Autos ohne Bildschirme ausgeliefert. Das Argument, dass so ein teures Auto ohne Parksensoren kommt, das stimmt also einfach nicht. Das System dazu, die Hardware dazu, nämlich die Kameras, die sind darin verbaut und die Features werden eben nachgeliefert. Hat das einen großen und negativen Impact auf Teslas Nachfrage? Ja, da könntet ihr sagen, klar, schau mal an, die mussten gerade die Preise senken. Auch Inventarsfahrzeuge in Deutschland erleben derzeit große Preisnachlässe. Und auch da muss ich sagen, das ist für mich viel zu kurz gedacht. Elon hat es am Investorentag ganz eindeutig gesagt. Tesla hat eigentlich unbegrenzte Nachfrage. Ja, wie kann das denn sein? Ja, das liegt einfach an dem Fakt, dass Tesla so einen Preisvorteil hat, dass sie hier große Margen immer noch auf die Fahrzeuge haben und dementsprechend die Preise nach unten anpassen können, ohne dass es ihnen großartig wehtut. Sie haben uns am Investorentag derart viele neue Dinge gezeigt, wo sie weiterhin die Kosten nach unten treiben werden, dass sie über Preisanpassungen nach unten ganz einfach die Nachfrage steuern können. Ein ganz guter Tweet dazu kam hier auch von Holmars Katalog. Der schrieb, vor zwei Jahren und vier Monaten und 20 Tagen lag der Preis für das Model S noch bei 69.420 Dollar. Ich wette, sie haben eine gesunde Marge bei 90.000 Dollar. Und ich glaube, das macht es ganz gut deutlich. Tesla kann ganz locker den Preis vom Model S um 10.000 Dollar senken und dann haben sie wieder unendlich Nachfrage. Mein Argument ist also, Tesla ist in einer derart starken Position, dass ein kleiner temporärer Nachfrageknick, weil sich vielleicht einige Leute über die USS aufregen, überhaupt keine Rolle spielt. Deswegen verkauft Tesla nicht ein einziges Auto weniger und das muss man einfach verstehen. Deswegen ist für mich das Ganze ein Sturm im Wasserglas. Das wird vorbeigehen. Tesla wird ein Software-Update bringen und dann funktionieren die Park-Sensoren, die Kameras im Auto besser als vorher das Auto mit den Ultraschallsensoren. Das ist doch ein positiver Ausblick und ich glaube, darauf sollten wir uns schon freuen und nicht so darüber schimpfen, dass vielleicht unser Auto jetzt im Moment gerade diese Einparkhilfe nicht hat. Auch wenn ich verstehe, dass es für manche Leute unangenehm ist und Tesla hätte es selbstverständlich besser machen können. Ja, vielleicht noch das letzte Gegenargument, dass Leute sagen, FSD-Beta-Kunden werden hier betrogen. Sie haben so viel für das Software-Paket gezahlt und jetzt können sie diese Funktionalität noch nicht nutzen. Das stimmt so auch nicht, denn es handelt sich ja um neue Fahrzeuge und niemand ist gezwungen, FSD-Beta zu kaufen. Ihr könnt diese Option bis ganz zum Schluss noch canceln. Das betrifft also so gut wie keine Kunden. Für mich ist auch das kein valides Argument. Wie geht es euch damit? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir bitte ein Like und ein Abo da. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Macht das ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wenn ihr Tesla-Zubehör braucht und den Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal bei Shop4Tesla vorbei. Link gibt es unten in der Beschreibung. Ihr bekommt 5% Rabatt mit dem Code Tesla-Welt auf alle Produkte und natürlich wurde diese Sendung auch nach wie vor freundlicherweise von dem Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Das Podcast Mastering kommt wie immer vom Daniel.